Herzlich Willkommen zu Let's Flash Cubicle 2 und die Musik geht mir so auf die Nerven, weil ich gerade schon wieder ein Problem mit Flaps hatte und ich muss überall, da meine Aufnahme-Platte gleich voll ist. Waaaaaah! Wait, I was trying to redo my life after coming out of prison. And I get fired, just looking at some horno. What's wrong with that? Oh, life sucks. Now he wants me to see him in his office. So, gut, wie es scheint. Let's talk, nee, let's talk, continue. Und wie es scheint, kann ich hier nix anwählen, außer diese dumme Haarspray. Guck mal da! Yeah, 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 brenn du Nutte! Carli, du! Oh, wird Hammer! Piss dich! Man kann ja nix machen hier du ey, das ist halt das ja kaum zerstörbare Umgebung. Nein! Ahh, was ist jetzt los?! Alter! Ey das passiert mir in letzter Zeit immer, dass ich auf irgendeinen scheiß Link komm. Hey, cool. Ich hab die Fliege gefangen. Ey, kann man denen nur einen Kopfschuss geben? Geil. Oh nein, ich hab keine... Die Armartrappe da unten. Das ist der abgehackte Arm, das sieht gut aus. Wo gehen wir denn mal lang? Gehen wir mal hier lang. Und dann da in die Ecke. Aha, wir müssen also jeden umbringen, weil wir gelangweilend auf unserer Arbeit sind. Hey, Leute. Fick dich. Du auch, du ebenfalls. Und du. Er ist recht. Bam, 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 bam. Ja, der ist jetzt weg, ne? Hör mal. Kann ich dir ins Bein schießen? Ne, ich kann ihn nicht. Sehr ätzend. Ich will mal eine andere Waffe aus. Du hast so lustige Haare, die brennen bestimmt richtig schön. Komm, her damit. Ach, du lieber Himmel. Kann ich hier irgendwie nur was anderes nehmen? Ne. Hier war doch noch was. Da, da kann man noch ein oder ein, ja. Hallo? Uh, das hier. Ja, das ist auch schön, ne? Da kamen wir her, glaube ich. Ja. Aber dann gehen wir doch mal nochmal hier lang. Oh. Tja, ha, ha. Ja, mehr konnte man jetzt hier auch nicht machen. Das war irgendwie ein bisschen langweilig in dieser Region da. Da, 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 da. Zurück, zurück, zurück. Da war die Fliege wieder. Komm her. Ich will die scheiß Fliege da haben. Ja, endlich habe ich sie. Der will die immer essen, oder? Ihhh. So, wer ist hier? Ihhh. 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 Pinkelt der da erstmal fett rein. Leave your mark. Do a ten combo. Do a ten combo. Continue. Yeah. Das hat Style. Gehen wir mal hier rein. Da ist schon wieder eine Fliege. Aber weckt er noch gar nicht auf? Komm her, komm her. Jetzt komm her. Hm. Weckt er noch so gar nicht auf, irgendwie, ne? Ja, Hausmeisterchen. Das ist recht. Komm her, Yamaha. Ah, endlich habe ich sie. Ha, ha. Boah, von der hätte ich, die hätte ich gerne früher entdeckt. Die ist ja mal episch. Die ist richtig geil. Das wäre eine Fliege. Jaa, haben wir die Fliege. Kann man den Pümpel nehmen? hier Prozent super das ist ja total unrealistisch das Spiel so jetzt haben wir alle und dann könnten wir jetzt rein theoretisch glaube ich herausgehen oder das ist 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 genau und dann schließen wir dieses Fenster Weil ich schon wieder auf das Falsche gedrückt habe. Und bis zum nächsten Mal! Oder warte, den Online Talk würde ich nochmal... Ja, ist recht. Es gibt da oben. Die Story ist lang. Da gehen wir mal hier hin. Rein, da ist ja niemand, das stimmt. Ich möchte ja gerne mal zum Hausmeister. Hallo, äh, hol ich mir mal den hier. Das ist schon lustig jetzt so ein Spiel. So, dann gehen wir zum Boss. Mir die Haare einsprühen, siehst du doch, Note. Hör mal, Mann, gehen wir mal hier hin. Hey, Boss. Der hat einen Tope. Ich gehe jetzt ganz schnell hier raus. Ich will die zehnmal kommen. Und dann... So, ganz schnell kommt, war schon vorbei. Bäm, 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 raus hier und hier rein. Und yeah, das hat leider nichts gebracht und jetzt hier hin und dann, und dann, und dann, und dann, und dann, und das hat nichts gebracht. Und trotzdem sage ich jetzt, ja, tschüss einfach mal, ne? Naja, egal. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.